Jan Ingwer Kalsenbracker ist ein deutscher Fußballspieler. Karriere Kalsenbratschkers Karriere begann beim Fußballverein seines Heimatdorfes Bollingstädt in Schleswig-Holstein. 1995 siedelte seine Familie nach Bonnbeul um. Zur Saison 2003-04 übernahm ihn Bayer 04 Leverkusen in den Profikader. Sein erstes Tor erzielte er im DFL-Liga-Pokalspiel gegen Hansa Rostock durch einen direkt verwandelten Freistoß. Sein erster Bundesliga-Treffer gelang ihm in der Saison 2004-05 gegen den 1. FC Kaiserslautern. In dieser Spielzeit absolvierte er mit Leverkusen drei Spiele in der UEFA Champions League. Aufgrund mehrerer Verletzungen musste Kalsenbracker in der Saison 2005-06 mehrere Monate aussetzen. In der Saison spielte er auch für die Amateurmannschaft in der Regionalliga. In der Sommerpause 2008 wechselte Kalsenbracker zum rheinischen Rivalen Borussia Mönchengladbach. Bei den Fohlen unterzeichnete er einen Vertrag bis Ende Juni 2011. Aufgrund zahlreicher Verletzungen gelang es ihm jedoch nicht, sich als Stammspieler in Mönchengladbach zu etablieren. In der Winterpause 2010-11 wechselte Kalsenbracker ablösefrei zum FC Augsburg, wo er sich als Stammspieler etablieren konnte. Kalsenbracker gelangte über diverse Jugendauswahlteams in die Jugendnationalmannschaft und absolvierte auch fünf Spiele für die deutsche U21-Auswahl. Zuletzt im August 2006 gegen die Niederlande.